Beginne auf der Startseite und navigiere mit dem Mauszeiger über dein Profilbild. Es öffnen sich mehrere Optionen und du klickst auf Meine Einträge. Hier hast du eine Übersicht deiner gesamten Einträge auf dem Marktplatz. Klicke auf das Stiftsymbol, um den Eintrag zu bearbeiten und passe den Datensatz wie gewünscht an. Mit dem Button Eintrag veröffentlichen wird die Anpassung freigeschaltet.